Hallo, was tötest du mich? Weil ich Traitor bin. Ernsthaft? Ja. Das hast du da hinten kleben. Hallöchen Leute und willkommen hier mal bei einer Runde... Nein, Domse nicht unterbrechen, das gehört sich nicht. Willkommen bei einer Runde Trouble, mein Will. Ja, ich hatte da jetzt mal Bock drauf. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit ein paar Runden mit Domse aufgenommen. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Und wenn ihr mit mir was... Da kann ich die schönen Abonnenten von Pixel abstauchen. Ist so, ist so. Und ja, wenn ihr ein paar Folgen von mir sehen wollt, so... Ich werde sie verlinken, bis es dann noch irgendwas mit Neuerbrüder so kommt. Aber... Nein, Scherz. Nein, Scherz. Ja, wir zocken hier gerade auf so einer Map, ne? Wie heißt die noch? Mein Will. Mein Will, genau, Mein Will. Und ja, die letzten Runden liefen ganz gut. Mal gucken, wie sich's jetzt so... Ja, schlägt mit... Ich hab's schon gesagt, das ist zu spät. Jetzt geht das hierhin von allen kaputt. Hatten wir ja schon letzte Runde gesehen. Sag doch einfach, wer noch hier ist mit uns, ne? Ja, okay. Dabei ist der Domse Play, der Sky Hunter 007 und der... Ja, der... Was bist du denn? Äh, ich bin innocent. Du kennst mich doch nicht. Ich bin elektiv, du kannst... Oh, oh, ich glaub, Sam ist... Ich bin nur hier im TS3. Wir hatten vorhin ziemlich geile Runden, wo Trader, Trader, Trader umgebracht haben und... Detektive, Detektive. Das war so schön. Das erinnere ich gerade. Ich will's heute Nacht hochladen, um 1 Uhr. Aber Pixel, bist du zufällig ein Traitor? Nein. Ich meine nur... So. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf kam. Ach, scheiße, der Typ war kein Traitor. Ich hab gar nicht... Weil er mich die ganze Zeit verfolgt hat. Er hat dich halt gemocht, siehst du halt. Ja, ich bin tot. Ich werd ein paar coole Anmerkungen hier ein bisschen reinballern. Warum sagt jetzt niemand mehr was hier? Keine Ahnung, ich bin detektiv. Und konzentriere mich auf alles. Ich war Traitor und bin schon tot. Ähm. Oh, Mann. Die sind so gut. Pix, ich hab das Gefühl vermissen. Die haben Traitor umgebracht. Das sind Traitor. Aua! Na, eigentlich hab ich mich ja selber umgebracht mit meinem Küper-Fall. War er Traitor? Oh, hat doch mir gedacht. Du wirst du jetzt auch weiter? Du wirst die Kette aufrechterhalten? Das ist so toll von dir. Was soll ich machen? Die Kette von... Unschuldige Traitor. Hallo, was tutest du mich? Weil ich Traitor bin. Ernsthaft jetzt? Ja. Oh, Mann. Ich hab's doch gewusst, ey. Hallo. Boah, ich dachte, wir sagen uns sowas. Ich nehm nie wieder mit dir auf. Bist du so, Alter? Tut mir leid, Domsen, aber jetzt... Das war so, passt du dich. Du hörst das erste Mal auf, bist sofort Traitor und du bist Detektiv und wir waren alleine. Tut mir leid. Tut mir leid. Wir sagen uns das wirklich sonst normalerweise, außer man heißt Rebi. Und dann geht's voll ab. Aber ohne Scheiß. Immer wenn ich Traitor war, war Domsen normalerweise auch einer. Deswegen... Ja, das ist ein Schade. Das ist schade. Wie sieht's dann mit der Trash-Folge aus? Oh, man sieht's bei... Bei... Äh... Slash-B1 für Creeper-File. Dann bekommst du die Creeper-File. Aber was ist mit der Truhe? Die Truhe kostet, äh, es B2 und kostet drei Punkte. Schnell! Das ist aber nur die Truhe, nicht die Selbstmord-Bombe, ne? Will ich auch nicht. Aigau-Tester. Auf die Truhe fällt ihr keiner ein. Doch, wenn man die genau da platziert, wo schon meine war. Denn eventuell, aber somit auf dem Weg glaub ich auch nicht. Oh, eine Truhe. Was? Slash-B1 geht nicht. B-Leerzeichen-1? Aua! Nein! Scheiße! Er hat mich gekriegt. Oh mein. Das lädst du auch nicht hoch, oder? Ja, sicher. Ich lad alles hoch. Ich mein, ich war Traitor und hab Domsen-Play umgebracht. Das muss man hochladen. Na, was richtig hochladen. Boah, also. Gut, guck mal nochmal, wie's ausgeht. Schön, dass hier die Traitor. Aber wie man in jeder Aufnahme gesehen hat, ich bin immer der, der zuerst gestorben ist. Das wird's auf jeden Fall sein. Ich glaub, der Grüne ist ein Traitor, wa? Oh, und Schülgramm gewonnen. Ja. Das ist... Und Braun wohl ist auch irgendwie immer Traitor, ne? Ach, Sky! Ich hab gar nicht bemerkt, dass du Traitor warst. Ja, ich war so schnell tot, ne? Ach, das hast du ja gesagt. Ja, gut, dann betten wir mal die Aufnahmen, ne? Cheerio! Ja, gut. Ja, gut.